Ich möchte euch den Kämpfer kurz vorstellen. Er kämpft zu meiner Linken aus dem blauen Ecken. Er trägt die grünen Hosen mit einem schwarzen Wund. Er ist 1,70 Meter gross und heute Abend 55,2 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz eine perfekte. Sieben Kämpfe, sieben Siege. Zwei davon durchkommen. Er repräsentiert das Geldsolari-Team in Lovara, Italien. Begrüssen Sie mit mir. Luca Roma! Ihm gegenüber im roten Ecke. Er trägt die silberge Hose mit einem goldigen Bund. Er ist 1,68 Meter gross und heute Abend 55,2 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz, 13 Siege gegenüber zwei Niederlagen, 4 Siege durch K.O. Er repräsentiert Zwingtai Jim Buchs, Echuntus Buchs. Er ist der World Fighters Council Junioren Europameister. Begrüßen Sie mit mir. Pascal Kessler! Ringrichter Usturin, Angelo Ballio. Ringrichter Usturin, 1. Runde. Ringrichter Ustura Musik 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 Ringfreight zur zweite Runde Musik 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 I'm loving your smile at the baby Meine Damen und Herren, noch eine Durchsage vom Veranstalter. Alle die, die rund ums Gebäude parkiert haben und vor allem die, die vor dem Feuerwehrdepot parkiert haben, die sollen sofort umparkieren. Die Polizei ist auch am Areal eintroffen. Die, die immer noch dort stehen, die bekommen den Busse von 120 Franken rüber. Also die Fahrzeuge, vor allem die, die vor dem Feuerwehrdepot parkiert haben, sofort weg. Und auch die anderen, die da illegal parkiert haben. Und da sage ich noch mehr, ringfrei zur dritten Runde. Jetzt sind wir mal. Wimpen, wimpen, wimpen. Wimpen, wimpen, wimpen. Wimpen, wimpen, wimpen. Wimpen! Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017